In diesem Video meines Crashkurses möchte ich dir zeigen, wie du das Kursnotizbuch aus deinem Team einrichten kannst und es für die Abgabe von Hausübungen nutzen kannst. Als erstes müssen wir das Kursnotizbuch in unserem Demo-Team einmal einrichten. Dazu klickst du im Kanal Allgemein auf den Reiter Kursnotizbuch. Ist das Kursnotizbuch noch nicht eingerichtet, siehst du hier den Button Ein OneNote Kursnotizbuch einrichten. Darauf klickst du. Dann hast du die Auswahl, entweder ein leeres Notizbuch zu erstellen oder schon aus einem vorhandenen Notizbuchinhalt zu importieren. Ich starte mit einem leeren Notizbuch. Nun erhältst du die Informationen, welche Elemente dein Demo-Notizbuch enthalten wird. Es gibt den Platz zur Zusammenarbeit, es gibt die Inhaltsbibliothek und es gibt die Studentennotizbücher. Im Platz zur Zusammenarbeit kannst du Inhalte bearbeiten und die Schüler können Inhalte bearbeiten. In der Inhaltsbibliothek kannst nur du als Lehrer die Inhalte bearbeiten und deine Schüler und Schülerinnen können die Inhalte nur ansehen. Dann gibt es noch die Studentennotizbücher. Dabei kann jeder Schüler nur seinen eigenen Inhalt bearbeiten und auch nur sein eigenes Notizbuch sehen und du kannst die Notizbücher, also die Studentennotizbücher von allen Schülern und Schülerinnen sehen. Hier gibt es nichts zum Einstellen, also klicke ich auf Weiter. Hier kannst du nun einstellen, welche Abschnitte die jeweiligen Schülernotizbücher enthalten sollen. Vorgeschlagen sind der Abschnitt Handouts, Kursnotizen, Hausaufgaben, Quizfragen. Ich lösche nun den Abschnitt Handouts und Kursnotizen, füge den Abschnitt Schulübungen dazu und füge einen Abschnitt Heimunterricht hinzu. Den Abschnitt Quizfragen kann ich hier auch noch herauslöschen. Wenn du im Nachhinein bemerkst, dass du noch andere Abschnitte benötigst, lassen sich diese dann aus OneNote in die Schülernotizbücher verteilen. Ich klicke nun auf Erstellen. Und nun wird das Kursnotizbuch vorbereitet. Das kann durchaus einige Minuten dauern, bis die volle Funktionalität des Kursnotizbuches zur Verfügung steht. Ist das Kursnotizbuch fertig eingerichtet, wirst du nun von der Willkommenseite begrüßt. Bisher war es möglich, OneNote direkt in Teams zu bearbeiten. Diese Funktion wurde von Microsoft allerdings derzeit deaktiviert, da im Zuge der Schulschließungen die Serverressourcen für Teams anderweitig verwendet werden. Wenn du auf das Dropdown-Menü im Browser Öffnen klickst, hast du nun die Möglichkeit, OneNote online im Browser zu öffnen oder OneNote in der App zu öffnen. Möchtest du öfter mit OneNote arbeiten, würde ich dir empfehlen, die App auf deinem Computer zu installieren und OneNote dann in der App zu öffnen. Hier zeige ich dir nun allerdings, wie das Ganze im Browser funktioniert. Ich klicke also auf Im Browser öffnen und erhalte nun ein neues Tab mit meinem Kursnotizbuch. Auf der linken Seite findest du Abschnitte, wie zum Beispiel Willkommen. Der Collaboration Space, die Inhaltsbibliothek und diese drei Schülernotizbücher sind sogenannte Abschnittsgruppen. Diese lassen sich aufklappen und auch wieder zuklappen. Daneben findest du jeweils die Seiten, die in diesem Abschnitt enthalten sind. Möchtest du nun in OneNote Hausübungen vorbereiten, die du auch über OneNote dann in Teams übertragen kannst, würde ich dir empfehlen, dass du zuerst noch einen Abschnitt nur für Lehrer einrichtest. Diesen Abschnitt siehst dann wirklich nur du und deine Schüler und Schülerinnen können ihn nicht sehen. Dadurch ist gewährleistet, dass du wirklich für einen längeren Zeitraum Übungen vorbereiten kannst und deine Klasse diese vorher noch nicht sehen kann. Um den Abschnitt nur für Lehrer anlegen zu können, wechseln wir nun schnell zu Office 365 Startseite. Diese erreichst du über portal.office.com. Du findest hier nun das Icon Class Notebook. Auf dieses klickst du und schon öffnet sich nun die Verwaltungskonsole für die Kursnotizbücher. Du könntest hier nun verschiedene Dinge erledigen, wobei für uns jetzt nur interessant ist, das Notizbuch zu verwalten. Je nachdem, mit wie vielen Kursnotizbüchern du schon arbeitest, sind hier mehr oder weniger Kursnotizbücher enthalten. Ich wähle mein Demoteam Notizbuch und erhalte nun die Übersicht über mein Demoteam. Hier siehst du wieder die Kursteilnehmerabschnitte, die könntest du hier noch editieren und dann die Abschnittsgruppe nur für Lehrer. Diese kannst du mit einem Klick aktivieren. Ich kann diese Übersicht nun wieder schließen und wechsle zurück in mein Demoteam Notizbuch. Nach einem Klick auf Aktualisieren sollte nun eigentlich der Abschnitt nur für Lehrer beleidsgeladen sein. Und hier ist er. Alles, was du nun in dieser Abschnittsgruppe nur für Lehrer erstellst, ist wirklich nur für dich sichtbar. Ich würde dir nun empfehlen, hier einen neuen Abschnitt einzurichten und den Heimunterricht zu nennen. In diesem Abschnitt kannst du nun deine Aufgaben als Seiten anlegen. Ich habe mir hier schon einen Aufgabentext kopiert und zwar sind Aufgaben aus dem Buch zur Übung zu erledigen. Die Aufgabe wird gestellt am 17.04. Übungen zum Multiplizieren und Dividieren. Das Ziel dieser Aufgabe ist, dass die Schüler und Schülerinnen diese Aufgaben aus dem Buch in ihrem Heft bearbeiten, ein Foto von dieser Aufgabe machen und mir dieses Foto dann in OneNote wieder posten. Der Vorteil am Foto in OneNote ist, dass ich nun mit einem Stift-Tablet diese Aufgabe korrigieren kann und auch wieder zurückgeben. Würde nur ein Foto hochgeladen werden in Teams, müsste ich dieses Foto erst herunterladen, mir in ein anderes Programm einfügen und könnte dort mit meinem Stift korrigieren. Bin ich mit meiner Aufgabenstellung nun zufrieden? Wechselst du in OneNote auf dem Menüpunkt Kursnotizbuch. Bevor wir die Aufgabe nun verteilen können, musst du dein Kursnotizbuch zuerst mit deinem Team verbinden. Das geht über den Button Verbindungen und dort Verbindungen. Am rechten Rand siehst du nun, dass dieses Kursnotizbuch bei mir bereits mit Teams verbunden ist. Ist das bei dir nicht der Fall, erhältst du hier nun eine Liste mit vielen Learning Management Systemen, wo du nur Microsoft Teams auswählen musst und dich mit deinem Login anmelden. Ist das Kursnotizbuch mit Teams verbunden, nehme ich nun den nächsten Punkt Kursnotizbuch zuordnen. Hier wird nun dieses Kursnotizbuch einem gewissen Team zugeordnet. Ich erhalte nun hier die Auswahlmöglichkeit der Kurse, kann nun durch die Kurse scrollen und wähle hier wieder meinen Demokurs, mein Demo-Team und wenn dieses Demo-Team ausgewählt ist, bestätige ich noch mit OK. In einem letzten Schritt werden nun noch die Schüler zugeordnet, sodass jedes Schülernotizbuch auch dem richtigen Schüler zugeordnet ist. Du siehst hier, Testschüler wird dem Testschüler in Teams zugeordnet, Testuser dem Testuser in Teams und Teststangel Teststangel in Teams. Wenn das auch alles erledigt ist, klicke ich auch OK und bin nun bereit, diese Aufgabe zu verteilen. Um die Aufgabe zu verteilen, klickst du im Menüpunkt Kursnotizbuch auf den Punkt Aufgabe erstellen. Es wird nun auf der Seite wieder ein Fenster angezeigt, wo du noch den Titel der Aufgabe eingeben kannst, die Aufgabenstellung, löse die Aufgaben aus dem Buch, fotografiere deine Arbeit und füge das Bild in OneNote ein. Dann kannst du noch ein Fälligkeitsdatum eingeben. Diese Aufgabe soll erledigt werden bis nächsten Montag um 8 Uhr abends. Dann hätte ich noch die Möglichkeit, dass die Seite nach dem Fälligkeitsdatum gesperrt wird. Ich hacke das allerdings nicht an, da nicht alle Schüler und Schülerinnen immer die Möglichkeit haben, wirklich zu jeder Zeit an den Computer zu kommen. Dann gebe ich noch den Notentyp, in diesem Fall Points. Ich kann die maximale Punktezahl festlegen. Hier nehme ich 10 und dann wählst du noch den Abschnitt, in den die Aufgabe verteilt werden soll. Ich verteile diese Aufgabe nun in den Abschnitt Heimunterricht. Wenn das alles zu deiner Zufriedenheit eingestellt ist, kannst du auf Erstellen klicken. Die einzige Einschränkung, die eine Aufgabe hier aus dem Kursnotizbuch hat, ist, du kannst sie nicht für die Zukunft planen, wie das in Teams möglich ist. Das heißt, sobald du hier auf Erstellen klickst, wird die Aufgabe nach Teams übertragen und deine Schülerinnen und Schüler werden darüber benachrichtigt. Ich klicke nun auf Erstellen und schon wurde die Aufgabe erfolgreich erstellt. Wechsle ich nun zurück nach Teams, sehe ich bereits, im Kanal Allgemein gibt es eine neue Benachrichtigung. Diese Benachrichtigung betrifft nun unsere im Kursnotizbuch erstellte Aufgabe, Übungen zum Multiplizieren und Dividieren. Mit einem Klick auf View Assignment oder über die Registerkarte Aufgaben kannst du diese Aufgabe nun noch ansehen. Ich klicke auf die Übung, sehe, die Übung würde von niemandem noch abgegeben und wenn ich mir das Ganze nun aus Schülersicht ansehe, sehe ich, dass hier eine OneNote-Seite eingebunden wurde. Das ist die OneNote-Seite im Schülernotizbuch eines jeden Schülers. Wie deine Schülerinnen und Schüler nun ein Foto in OneNote posten können, habe ich in Teil 15 meines Crash-Kurses beschrieben. Wurde eine Aufgabe nun abgegeben, ist das für dich in Teams wieder ersichtlich, indem die Aufgabe den Status abgegeben bekommt. Willst du diese Aufgabe nun korrigieren, wechselst du wieder in OneNote. In OneNote gibt es nun den Punkt Aufgaben der Schüler überprüfen. Hier wählst du nun, in welchem Abschnitt die Hausübung liegt, in diesem Fall im Abschnitt Heimunterricht. Dann wählst du aus, welche Hausübung du korrigieren möchtest, in diesem Fall die Hausübung vom 17.04. Hier ist es wichtig, dass du deine Schülerinnen und Schüler darauf hinweist, dass sie den Namen der Seite nicht ändern sollen, da sie ansonsten hier nicht gefunden werden. Mit einem Klick auf Weiter bekommst du nun noch eine Übersicht deiner Schülerinnen und Schüler. Die Aufgabe des Testschülers hat nun ein kleines Schlosssymbol. Das bedeutet, dass diese Aufgabe abgegeben wurde und zur Bearbeitung gesperrt wurde. Klicke ich nun darauf, lädt nun die abgegebene Hausaufgabe deines Schülers. Unter dem Menüpunkt Zeichnen kannst du nun mit einem Stift diese Aufgabe korrigieren. Das funktioniert natürlich besser auf einem Stift-Tablet. Du kannst natürlich auch hier Fehler ausbessern. In diesem Fall hätten wir 3 Viertel x mal 8y, könnten wir 8 und 4 kürzen und 3 mal 2 wäre dann 6. Und so kannst du eine komplette Hausübung dann digital korrigieren. Möchtest du das digitale Korrigieren mit Stift öfter machen, würde ich dir wieder empfehlen, das Notizbuch in der OneNote App zu öffnen, da die Stifteingabe in der Online-Version oftmals nur etwas abgesetzt und kraggelegt funktioniert. Hast du diese Aufgabe nun fertig korrigiert, kannst du auch noch die Punkte für diese Aufgabe vergeben und die Punkte absenden. Mit einem Klick auf den nächsten Schüler könntest du nun die nächste Aufgabe kontrollieren und immer so weiter. Wenn du nun zurück nach Teams wechselst, siehst du nun, dass die 7 Punkte bereits übertragen worden sind und du kannst diese Aufgabe nun zurückgeben, sodass sie auch in Teams für den Schüler oder für die Schülerin als erledigt gekennzeichnet wurde. Natürlich bietet OneNote noch viel mehr Möglichkeiten. Mit diesem Video möchte ich dir den Einstieg in OneNote erleichtern und es dir ermöglichen, Hausübungen, die von den Schülern und Schülerinnen zu Hause analog gemacht wurden, digital einzusammeln und zu korrigieren. Ich wünsche dir nun gutes Gelingen beim Arbeiten mit OneNote und Teams.